Passend zur Weihnachtszeit präsentierte sich das Pendel auf dem Schulhof des Foucault-Gymnasiums in neuem Gewand. Schüler des Bionik-Grundkurses haben dort einen geschmückten Weihnachtsbaum aufgehängt. Allerdings entgegen dem üblichen Brauch hängt die Spitze des Baumes aber nach unten. Damit soll auf ein Problem in der Wissenschaft aufmerksam gemacht werden, die ja ebenfalls immer wieder gegen bekannte Konventionen verstößt. Untertitelung des ZDF, 2020